Hallo zusammen, in diesem Video zeige ich euch die Quest Federn auf Opfern anzunehmen bei Joaquin Eisenstier im Gebiet der Hochberg bei den Koordinaten 39, 37. Hierbei muss ich 50 Quaisenfedern von den Hexenwaldquaisinnen sammeln. Nehme die Quest gleich mal an und lege es sofort los. So, das sind die Harpie in hier. So, wir müssen sie troppen die Mehr als eine Federn pro-Mop. Die Mobs halt ein bisschen was aus. Glaub ich sollte was essen, um nicht unnötig in diesem Video zu stärkern. Fyter Gates, Upzone, wow! It´s wirklich fader. So, geht aber gut voran. Die hat bloß 2 Feder gegeben. 29 vorne 50. 30 vorne 50. 30 vorne 50. 30 vorne 50. Der Debuff macht böse viel Schaden anscheinend. So, jetzt brauche ich nur noch 7. Ist klar. Noch mal Glück gehabt, von der Schipperspringen ist geprockt, glaube ich sagt man. Hier ist noch eine. So, und jetzt brauche ich nur noch 2. So, mache mich auf dem Weg zum abgeben. Hoffe ich konnte jemandem helfen. Ich glaube die Quest ist beim selben NPC abzugeben. Mal schauen. Ja, abzugeben bei Joaquin Eisenstier. Im Gebiet der Hochberg bei den Koordinaten 39, 37. Tschüss.